Boah, der wühlt! Der wühlt! Oh Gott, ist das schön! Mech! Ja! Nein! Das erste Tor soll nicht fallen. Es soll einfach nicht sein für Witsch. Das würde ich auch mal gerne EA fragen. Wenn der Torwart rauskommt, der schießt... Torwart? Ein Tee! Leider, Leider, du Heide. Was war das für ein Schrei? Das ist Nachbarn, ole, ole. Was sagt ihr zu La Cassette? Sieht nicht krass aus. Uuuuh. Das war der perfekteste Loop, bei dem ich je gesehen hab. Das ist ein Scherz jetzt, oder? Und dann bin ich wieder so in der Serie versunken. Was?! Digga, ich hab' so keinen Bock auf dieses Spiel. Ich hätt' einfach auf der Couch bleiben sollen, Digga. Ich hätt' einfach auf der Couch bleiben sollen und weiter die Serie gucken sollen. Es ist einfach krank, wie hier betrogen wird. Ich werd' niemals in meinem Leben, ihr Gamechanger. Und wenn, dann würd' ich den auf den Tisch kacken und würd' denen sagen, ihr Huchensöhne, was habt ihr da bitte für einen Dreck rausgebracht? Nein, ein bisschen zu spät, der Pass. Was? 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 Kein Abseits? WTF? Wie perfekt war der Pass? Oha? 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 Oh mein Gott! Das, was hat die Maria denn da gerade gemacht? Huch? Eichen? 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 Eichen Lautrup? Eichen? Oh mein Gott, Moment! Moment Lautrup! Moment! Oh mein Gott! Moment Lautrup! Moment! Oh mein Gott! Moment Lautrup! Haha, Lul! Hh, Lul! Kuss, geht raus EA! Was für ein Gefühl habt ihr bei diesem Spiel? Ich hoffe er lebt noch. Ja, schockt. Nein! Was? Was? Danke. Wie krank. Wie krank. Hals, Mond. Oh mein Gott. Wichtig, nach dem 2.0, nach der Viertelstunde. Alter, was machen denn die Spieler im Mittelkreis? Habt ihr das gesehen? Ey! Digga, scheiße, ich hab Corona gezogen. Was? Ein Tor! Oh mein Gott! Digga, nein! Oh! 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 Viva Deutschland! Hey! Hallo! Danke! Yes! Mann, gib mir mal den Info. Ja! Ja! Frankreich! Portugal! Cancelo! Nice! Nummer eins! Nummer eins! Nummer eins! Nummer eins! Cancelo! Oh! Ah, der muss mehr kommen! Jetzt ist der Platz da! Oh! Oh! Ich hab keinen Bock auf den. Ich glaub ich hab ihn getötet. Ich glaub wirklich, das ist so ein Fall hab ich noch nie gesehen, Leute. Was war das für ein krankes Fall? Ja, setz dich schön durch! Aber wir sind durch! Jetzt einfach picken! Ey, Schiri! Ey! Ey! Was los mit euch? Was ist los? Ey, Viva Deutschland! Ich komme, ey! Ey! So eine Scheiße! Trotzdem ist er drauf! Bring die rein! Oh, Scheiße! Bitte, 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 bitte. Dieser E! Der ist geil, Mann! Let's go! Studiert in Wien. Alter, alter! Alter, kann das denn verlippen. Bitte, bitte, bitte. Tut mir leid, aber... Da! Die Schicksal, ausführungsgefährliches Sudfondition. Er ist allein zu verholt in der Hand. Er hat nur den Ball getroffen! ich gebe es auf was ist das diese week in league ich habe plötzlich gezogen oh mein gott ich habe jetzt nicht gezogen das darf sagt twitch nicht sagen aber oh nein das war ein tor meine damen muss ich noch mehr sagen zu dem spiel muss ich noch mehr sagen ich sag dir jetzt einmal ab bruder einmal müsst ihr nur gönnen was haben die gemacht Lukaku zweimal wir wollen die verarschen wir wollen die verarschen hey hey obo klip mal bitte klip mal bitte bruder uuuu uuuu fifa deutschland für dich roppa was tust du da uuuu oh mein gott jeff yo wollt ihr vielleicht noch ficken hier schwung uuuu 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 uuuu